6 fruchtige Gesichtsmasken für seidige Haut Es empfiehlt sich nicht nur, mehrere Portionen Obst am Tag zu verspeisen, du kannst Früchte auch zu natürlichen Masken verarbeiten, um deine Haut von außen zu pflegen. Es gibt einen guten Grund dafür, warum Obst nicht in der Ernährung fehlen sollte, es enthält verschiedene sehr wichtige Nährstoffe, die für die Gesundheit grundlegend sind. Wir geben dir Rezepte für fruchtige Gesichtsmasken für deine Haut. Heute möchten wir dir jedoch eine andere Möglichkeit vorstellen, Obst zu verwenden. Du findest in diesem Artikel Rezepte für fruchtige Gesichtsmasken, die für eine seidige Haut sorgen und dir sehr gefallen werden. Diese fruchtige Gesichtsmasken helfen dir, abgestorbene Hautschüppchen zu beseitigen, die zu Flecken, Akne oder Mitessern führen können. 1. Fruchtige Gesichtsmasken, Birne und Zitronensaft Die erste der fruchtigen Masken, die wir dir vorstellen möchten, ist insbesondere bei fettiger Haut zu empfehlen. Birnen haben adstringierende Eigenschaften, mit denen die Haut gründlich gereinigt werden. Damit kann auch die Produktion der Talgdrüsen reguliert werden. Zutaten 1 Birne ohne Schale Saft einer Zitrone Zubereitung Die geschnittene Birne sowie den Zitronensaft im Standmixer verarbeiten, bis du eine homogene Paste erhältst. Diese wird dann auf das saubere Gesicht aufgetragen. Nach 15 Minuten Wirkzeit mit kaltem Wasser entfernen. Mit dieser Maske kannst du auch trockene sowie Mischhaut pflegen. Am besten verwendest du die Maske am Abend, denn Zitrone kann bei Sonnenexposition zu Flecken führen. Verwende tagsüber Sonnenschutz 2. Apfel und Hamamelis Die im Apfel enthaltenen Minerale, Vitamine sowie Antioxidantien eignen sich perfekt, um die Haut zu pflegen. Du solltest deshalb nicht nur einen Apfel am Tag essen, sondern damit deine Haut auch von außen pflegen. Hamamelis stimuliert die Durchblutung, was die Gesundheit sowie das Erscheinungsbild der Haut verbessert. Zutaten Saft eines Apfels 2 Esslöffel Hamamelis in Pulverform 20 Gramm Zubereitung Den Apfelsaft mit dem Hamamelispulver gut verrühren Trage diese Mischung dann mit Watte auf deine Haut auf. Lasse sie 20 Minuten wirken und wasche sie danach mit lauwarmem Wasser ab. 3. Papaya und Mango Papaya und Mango sind perfekt gegen Akne, deshalb ist diese Maske insbesondere bei junger Haut mit Pickeln zu empfehlen. Zutaten 1 Esslöffel Papaya-Fruchtfleisch 10 Gramm 1 Esslöffel Mango-Fruchtfleisch 10 Gramm 1 Esslöffel Honig 25 Gramm Zubereitung Alle Zutaten gut vermischen bis eine homogene Paste entsteht. Diese wird dann auf das gereinigte Gesicht aufgetragen. Nach 20 Minuten Wirkzeit mit frischem Wasser abwaschen. Wiederhole diese Behandlung einmal in der Woche, um die gewünschten Resultate zu erzielen. 4. Fruchtige Gesichtsmasken mit Orange und Honig Die Orange zeichnet sich durch erfrischende Eigenschaften aus, was sie überdies ausgezeichnet für eine Gesichtsbehandlung macht. Dabei spielen Alter oder Hauttyp keine Rolle. Du kannst diese Gesichtsmaske das ganze Jahr lang verwenden. Sie ist sehr preiswert sowie sehr wirksam. Zutaten 3 Esslöffel Honig 75 Gramm Saft Eine orange Zubereitung Den Honig sowie den Orangensaft in einem Topf bei niedriger Temperatur erhitzen. Sobald sich der Honig ganz aufgelöst hat vom Herd nehmen. Diese Mischung kannst du auf das saubere Gesicht sowie den Hals auftragen. Den Augenbereich solltest du jedoch aussparen. Um eine noch bessere Wirkung zu erzielen, kannst du die Maske überdies sanft mit den Fingerspitzen einklopfen. So wird überdies die Durchblutung aktiviert. Lasse die Maske 20 Minuten lang wirken und wasche sie dann mit Watte und lauwarmem Wasser ab. Diese Gesichtsmaske ist sanfter als das Rezept mit Zitrone, doch ebenso wirksam, denn alle Zitrusfrüchte wirken adstringierend. Vergiss nicht, die Maske am Abend anzuwenden und am nächsten Tag Sonnenschutz aufzutragen. 5. Banane und Honig Mit Banane kann man trockene Haut wieder zum Strahlen bringen, sowie gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgen. Zutaten 1 Reife Banane 1 Esslöffel Honig 25 Gramm 1 Esslöffel Joghurt 12 Gramm Zubereitung Alle drei Zutaten gut verarbeiten, bis eine homogene Paste entsteht. Diese Maske danach auf das gesäuberte Gesicht auftragen. Lasse sie 15 Minuten lang wirken und spüle sie danach mit lauwarmem oder kaltem Wasser ab. 6. Hafer und Banane Mit dieser Maske kannst du die Haut pehlen, damit sie geschmeidig wird. Die Banane ist reich an Nährstoffen. Sie spendet Feuchtigkeit und hilft überdies insbesondere bei trockener Haut. In Kombination mit Hafer erhältst du ein sanftes Peeling, mit dem du Hautunreinheiten entfernen sowie das Erscheinungsbild deiner Haut verbessern kannst. Zutaten 1 halbreife Banane 1 Esslöffel Haferflocken 10 Gramm Zubereitung Die Banane mit einer Gabel zerdrücken und dann mit den Haferflocken vermischen, bis du eine zähflüssige Paste erhältst. Diese wird mit einer kreisförmigen Massage auf das Gesicht sowie den Hals aufgetragen. Lasse die Maske 10 Minuten lang wirken. Danach kannst du sie mit lauwarmem Wasser abspülen. Wiederhole diese Behandlung zweimal in der Woche, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Allgemeine Empfehlungen, um die fruchtigen Gesichtsmasken wirkungsvoll anzuwenden, vergiss nicht, alle Zutaten vor der Verwendung gründlich zu reinigen. Auch das Gesicht muss vor der Behandlung überdies gut gereinigt werden. Am besten nimmst du ein Gesichtsdampfbad, um die Poren zu öffnen und dann die Wirkung der gewählten Maske zu verstärken. Vergiss nicht, die Maske nach der Wirkzeit mit reichlich lauwarmem oder kaltem Wasser abzuspülen. Verwende diese Masken mindestens einmal pro Woche, um dann von allen Vorteilen zu profitieren. Du kannst auch einfach Obst verwenden, das du gerade zu Hause hast, so wie Ei schon überreif ist. In diesem Zustand enthalten die Früchte viele Nährstoffe und sind überdies ausgezeichnet für Gesichtsmasken. Ausgleichsmasken Bis zum nächsten Mal.